Yes, Serila, wir haben alles! Die erste Stimme, wir wollen mal eben ein bisschen gut gemacht! Yes! Serila, du merkst schon, jetzt kommt da ein Moment, ne? Aber bitte nicht verletzen! Das braucht kein... Ja, warte! Nee, wo? Wie? Oder? Das geht! Guck mal, Serila, wir können auch... Hey! Hey! Guck mal, dass wir die Bühne geschaut! Oh Gott, ich hoffe, dass es keine... Wie lange ist es heute? 10 Minuten? Also... Der Richter! Ja, aber du musst dich doch mal wissen, so viele Menschen... Ja, das ist toll! Ja, das ist so... Okay! Da habe ich dieses Jahr auch heute nicht... Ach so, das auch noch! Ja, da habe ich in einer Zeit von einer Frau geschrieben, die ich mich unendlich verliebt habe. Ohhhhh... Ohhhhh! Ohhhhh! Das ist so... Ohhhhh! Das war eine andere Frage, die ich auch für mich! Und das ist nicht so... Aber mit dem Song wollte ich einfach mal sagen, wie wundervoll es ist... Ja! Und was für die ganze Gefühle sie mir ausgelöst hat... Das hat mich einfach zu dem Song geflogen! Guck mal, das ist nicht so... Und ich hoffe, im Moment mit dir wird er durch die Decke gehen! Okay! Ich habe gerade keine Art, wie die Melodie geht! Ich mache jetzt einfach die Zeugung, ich zwinge die... Äh, total cool! Das ist nicht gut! Und dann habe ich ihn sofort! Wo macht man das heute zu fragen? Einmal gehört! Habe ich! Ohhhh! Ohhhh! Okay, das ist der ganze Text! Ohhhh! Ohhhh! Haha! Okay, den schaffe ich wahrscheinlich jetzt nicht! Ich bin froh, wenn ich den Kurbus... Ich bin froh, wenn ich den Kurbus... Ich bin froh! Jaja, klar! Klar, so gut! Okay! Ohhhh! Du siehst mich mit deinen Dicken in dem Bahn! Ja, du wirst mich für mich aus der Bahn! Ich glaub, es ist dein Verbrecht! Ich hab mich total von alten Dich! Ja, du bist also eine Wahnsinnsfrau! Und deine Zulana... Mit dem Wort... Oh mein Gott! Ich hab mich verstanden! Du hast mich völlig in der Hand! Und deine Zulana schweigt! Ich hab nur zwei, siehst du noch meinen Dicken! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Deine Monatsa! Ich hab's auch gesehen. Ich glaub, der geht auch durch die Dinge. Vielen Dank. Danke schön. Ich wünsche dir noch ein schönes Gefühl. Wir haben einen ganz schönen Erfolg bei dir. Und wer weiß, dass du im Leben, da kann einiges passieren. Vielleicht kommt da dann die richtige Wind noch kaum. Ja, wir müssen einfach nur immer total vertrauen und sagen. Und dann wird's schon passiert. Okay? Ja. So, guten Morgen an Merkel tausend. Dankeschön, Selina. Mein Ziel sagt mir gerade, du kannst auch die Treppe nehmen, das ging mir einfach an. Ich hab mich jetzt schon gedacht. Aber es sind auch noch Attikäte dazu hier. Dankeschön. Ja. Ich weiß, ich weiß, wir sind so viele Attikäte.